Flora und Fauna von Wadenfell von Tilendra Sildred, telwanische Naturalistin Die Landschaft Wadenfells unterliegt einem ständigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Die Lavaströme des Roten Berges, seine Ausbrüche und seinen Ascheregen sorgen für ein Absterben der Laubwälder und der Pilzdschungel. Brutale Umwälzungen verändern die Landschaft und begraben die gefallenen Ruinen uralter Zivilisation. Oder bringen sie ans Tageslicht. Aber die Insel wird größer, wenn die Lava erkaltet, und neue Pflanzen und Pilze wachsen aus der sich abkühlenden Asche inmitten der Formationen von Vulkangestein. Das Pflanzenleben gedeiht im fruchtbaren Boden, der durch den Vulkan gedüngt wird, und so bietet Wadenfell mannigfaltige Wohnräume und Umgebungen. Pilze nehmen schnell die üppigen Nährstoffe des vulkanischen Bodens auf. Sie wachsen auf gigantische Größe an und dominieren die Landschaft. Die großen Tintlinge entlang der Bitterküste gedeihen prächtig auf den Überresten verwesener Sumpfbewohner, während kleinere Pilzarten die Felsen, Bäume und sogar einige Tiere wie den überwucherten Pilzkäfer bedecken. Wie niedlich! Balmora, das von der Bitterküste aus im Südwesten und Landesinneren liegt, ist noch immer bewaldet, aber die Asche der Ausbrüche des Roten Berges droht die Hänge kahl zu schlagen. Obgleich das Gebiet unfruchtbar ist, leben in den Aschlanden erstaunlich viele Tierarten. Aschhüpfer huschen durch die trockenen Aschedünen und riesige Holzkeulenpilze strecken ihre Ranken gen Himmel. Reisende sollten besser auf der Hut sein. Auf den Klippen lauern hungrige reptilische Klippenschreiter. Zunderfliegen bauen ihre Stöcke an Orten, an denen sie vulkanische Hitze anzapfen können, mit deren Hilfe sie ihre Eier ausbrüten. Wenn sie schlüpfen, zapft die Königin eine Magmaquelle an, um das Nest zu animieren und es in einen wandelnden Stockgolem zu verwandeln, der den Schwarm in eine neue Umgebung trägt. Nixochsen durchstreifen die Weideländer im Nordostteil der Insel und obwohl sie gemeinhin als friedfertig gelten, verteidigen sie ohne Umschweife ihr Revier. Zweibeinige Wartwarks toben durch das Gras immer auf der Jagd nach kleinen Insekten. Es gibt Leute, die sich diese herrlichen Tiere trotz ihres abscheulichen Geruchs als Haustiere halten. Überall in der Gegend findet man uralte Grabmäler, in denen in letzter Zeit immer wieder mächtige Dädra namens Hunger auftauchten. Die größten Pilze Morrowins findet man in der Zafirbilbucht. Diese majestätische Gattung wird von telwanischen Zauberern kultiviert und es dauert das Leben eines Zauberers, 1000 Jahre, bis sie ausgewachsen sind. Die Pilzwälder bilden ihren ganz eigenen Lebensraum, aber das ist ein Thema für ein anderes Buch.